Einen wundervollen guten Morgen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns den Code von unserer C-Example 2.s angucken. Das heißt, wir lesen uns jetzt endlich mal durch, was eigentlich GCC ausgegeben hat. Wir fangen einfach direkt oben an. Ihr werdet sehen, ein paar Sachen kennt ihr so noch nicht. Wir starten hier mit der .file C-Example.c. Das ist tatsächlich jetzt so nicht von Assembler benutzt, aber manche Debugger können das benutzen. Das heißt, ich weiß jetzt, ah, okay, daher kommt also mein Code und dann kann ich hier rein switchen, kann sehen, was der eigentlich so machen soll. Und das ist eben der Debugger sozusagen, der da drauf zugreift. Das heißt, der sieht, hey, das ist der Assembler-Code, das ist der C-Code. Wenn ich jetzt hier das Programm irgendwie bei dieser Aussage hier pausiere, also das ist quasi dann ein Interrupt, da kann ich einfach mein Programm pausieren und nicht mehr weiterlaufen lassen, von extern einfach. Das macht ein Debugger im Endeffekt. Dann weiß der, wo wir hier gerade sind in unserer C-Example.c. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Debugger verwenden wollt, ist das sinnvoll. Ansonsten rausschmeißen. Beziehungsweise haben wir hier auch nicht gebraucht. Also man braucht es nicht unbedingt. Punkt Text, das ist eigentlich die Section, in die der Code reinkommt. Brauchen wir hier gerade nicht, weil wir hier unten die Global Main definieren. Machen wir gleich. Das heißt, hier oben könnte man noch Code reinstecken und der würde dann eben irgendwo ausgeführt werden, wo wir es eben angeben. Haben wir aber normalerweise heutzutage nicht mehr. Dann ist diese Section einfach, ups, diese Section hier einfach leer. Das heißt, da steht nichts hinten dran. Und das ist auch meistens sinnvoll so. So, dann haben wir eine Punkt Section Punkt Row Data. Row Data. Nicht Raw, sondern Row. Row steht für Read Only Data. Das heißt Read Only Data. Na ja, was ist das wohl? Ganz einfach, wir haben hier einen String, der nennt sich Hello World 2. Also ist der nur lesbar und nicht schreibbar. Das heißt, wenn wir versuchen, diesen String zu verändern, haben wir ein Problem, dann stürzt unser Programm ab, nennt sich Exception. Wenn wir allerdings hier kein Row Data, sondern Punkt Data hätten, dann dürften wir den auch verändern. Dürfen wir jetzt aber nicht. Okay, und hier haben wir eben noch einen String and by. Das ist auch ein String und auch nur Read Only. Jetzt, warum haben wir hier dieses LC0 und LC1? Das ist eigentlich relativ simpel, weil wir irgendwie unsere Strings referenzieren müssen. Das heißt, wir müssen irgendwie sagen, wie wir die abzeichnen wollen. Also wie wir darauf zugreifen wollen in unserem Code. Und hier sehen wir es auch, Punkt LC0 und dann passiert irgendwas damit. Und hier greifen wir sozusagen auf dieses Ding drauf zu. Okay? So, nächster Schritt ist Punkt Text. Hier sehen wir es wieder, hier kommt der Code rein. Das haben wir nur hier oben nochmal stehen. Warum auch immer man das hier zweimal braucht. Also wir haben quasi dieses Punkt Text hier direkt beendet und haben dann gesagt, wir wollen jetzt erstmal Read Only Data haben. Und dann kommt wieder ein Punkt Text. Gut, dann kommt Punkt Global Main. Das A, seht ihr, kann man reinschreiben. Haben wir hier gemacht. Kann man weglassen. Haben wir hier gemacht. Und wir definieren, was eine Main-Funktion ist. Dieses Punkt Global ist gleichzeitig auch das, was andere Programme dann aufrufen können. Das heißt, da dürfen andere Programme reinspringen in dieses Main, was wir hier finden. Und das definieren wir hier mit Punkt Global. Das heißt, jedes andere Programm kann dieses Punkt Global auch aufrufen. Die dürfen das alle. Okay? Das bedeutet auch so viel, wie wenn ihr, sagen wir mal, ein Programm haben wollt, was mehrere Einsprungpunkte hat, rein theoretisch geht das. Ähm, wobei es ein bisschen gräbs ist, das dann aufzurufen. Aber, ähm, ja, im Endeffekt könnte man hier eben dann die ganzen Einsprungpunkte, lasst das einfach, das ist keine gute Idee. Ähm, cancel that. Äh, wir haben hier den Einsprungpunkt und der kann von allen aufgerufen werden. Ist global auch sichtbar. So, dann haben wir Punkt Type Main. Ähm, das ist, äh, und hier Add Function hinten dran natürlich noch. Äh, damit wir sagen können, das ist quasi eine Funktion, die wir aufrufen können. Und, ja, Type Main. Okay. Dann geht's weiter. Und hier haben wir ein Main, das sollte euch bekannt vorkommen, ne? Und Punkt LFB Null. LFB Null steht für Local Function Begin. Und das ist die erste Funktion, also wir fangen immer mit Null an zu zählen. Das heißt, das ist sozusagen das Erste. Wir haben auch die Möglichkeit, Local Function End zu haben. Das haben wir dann hier unten. Local Function End Null. Damit wir eben, ähm, hier unterscheiden können. Hier fängt's an, hier hört's auf. Und, ähm, ja, warum haben wir jetzt hier dieses LF und so weiter? Naja, das liegt einfach da dran, damit wir es nicht durcheinander bringen können. Wenn wir mehrere Dateien haben, die wir in Assembler haben und dann vielleicht miteinander noch verschmelzen müssen, dann müssen die Dinger trotzdem eindeutig sein. Okay? Deswegen hier eben Main.LFB Null. Okay. Dann hier, das war da der Grund, warum ich euch die, ähm, Stack Frames gezeigt hab letztes Mal. Das hier steht für Call, ähm, Call Frame, na, Call Frame Information. So. Und, ähm, wir wollen hier quasi eine Prozedur starten. Okay? Und das ist im Endeffekt alles. Warum brauchen wir das? Wir brauchen es nicht zwingend. Wir können es einfach rausschmeißen. Das ist dazu da, damit, wenn es mal ein Function, äh, ein Frame Pointer nicht gibt, damit dann ein Fehler geworfen werden kann. Das ist sozusagen für das Fehlermanagement aus eurem C-Code. Okay? So. Dann Push Queue, ähm, den Inhalt von dem Register R, B, P. Das sollte euch bekannt vorkommen. Damit verschieben wir unseren CFA Pointer. Jetzt, was ist ein CFA Pointer? Der CFA Pointer ist der Canonical Frame Address Pointer, ähm, der sozusagen immer auf den Frame vor dem aktuellen Frame zeigt, ja. Ähm, das heißt quasi eins davor. Ähm, sozusagen ähnlich wie super, wenn man so möchte. Und den verschieben wir jetzt nach unten. Also wir, wir versetzen ihn quasi eins nach drunter. Okay? Warum? Fragt mich das bitte nicht. Äh, solche Anweisungen ignoriere ich grundsätzlich meistens. Aber ich würde euch trotzdem erklären, für was sie stehen. Äh, CFI Offset. Das ist quasi nicht der CFA Pointer, sondern der normale CFI Pointer, den wir dann nach unten verschieben. Also der, der Frame Pointer sozusagen. Ähm, dann verschieben wir RSP, was so viel ist wie ESP. Also ESP und RSP sind quasi dasselbe. Und RBB, RBP verschieben wir da rein. Das heißt, wir verschieben schon wieder irgendwelche Adressen. Dann definieren wir das Register, das CFA Register. Und sagen ihm einfach, hey, du bist jetzt ab sofort in Register Nummer 6. Okay? Also wir definieren einfach ein anderes Register. Ähm, und dann fängt der eigentliche Code an. Also das hier oben ist einfach nur vorgeplänkelt, damit wir mit den Pointern richtig landen. Das solltet ihr eigentlich wirklich niemals manipulieren. Und verstehen ist eine andere Sache. Also verstehen ist nicht schlecht, aber, ähm, es zu manipulieren ist was ganz anderes. Das solltet ihr eigentlich meistens lassen. Ähm, gut. Dann fängt der eigentliche Code an. Und mit dem können wir jetzt auch was anfangen. Lea Q, das kennt ihr. Das ist sozusagen dazu da, damit wir hier das da auslesen können. Das heißt, wir wollen, ähm, wir lesen jetzt also den Inhalt von dem Register RIP verschoben um LC0 aus, ja? Jetzt, was zur Hölle ist RIP? Naja, vielleicht ist das da für euch einfacher. EIP, der Instruction Pointer. Und, ähm, der ist, der RIP Instruction Pointer ist halt einfach für 64-Bit da. Das heißt, ich habe hier jetzt gerade 64-Bit-Code erstellt. Der benutzt halt einfach RIP statt EIP. Und auch RDI statt EDI und so weiter und so fort. ERX gibt es immer noch, keine Sorge. Das bleibt eigentlich gleich. So, ähm, was machen wir also? Wir lesen aus Instruction Pointer verschoben um LC0. Naja, das ist ja genau das hier, ne? Also quasi Hello World 2. Das wird ausgelesen und in das Register RDI reingeschrieben. Okay, dann Moven wir 0 in ERX rein. Das sollte euch jetzt sehr bekannt vorkommen. Am Ende steht halt in ERX einfach 1, äh, 0 drin. Haha, 1 drin. Ähm, dann rufen wir mit Call eine Funktion auf und sagen hier Printf Printf, add PLT. Naja, Printf ist der Funktionsname sozusagen wie Main oder wie was auch immer wir definiert haben. Wir hatten, glaube ich, hier die Schleife zum Beispiel. Sowas zum Beispiel ist ein, ähm, ein Aufruf hier add PLT. Jetzt dieses add PLT, PLT steht für, Moment, Procedure Linkage Table. Das heißt, wir haben sozusagen in unserem Link Table, also das, was nach Assembler quasi kommt, dieses Vermischen von dem ganzen Code, das wird in, ähm, in dem Schritt danach gemacht und wir sagen hier, hey, ähm, in unserem Link Table, da wird nachher eine Procedure drin sein, die heißt Printf. Und diese Printf-Funktion hätten wir ganz gerne aufgerufen, okay? Das ist sozusagen das, was automatisch erstellt wird, wenn ich hier stdio.h mitkompiliert oder auch mitlinked dann eben. Und, ähm, zu diesem Zeitpunkt hier haben wir überhaupt keine Ahnung, was eigentlich in PLT drin ist. Also, wir sehen PLT, also den Procedure Linkage Table, den sehen wir einfach wirklich nicht. Der, der existiert noch nicht mal. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, dass der Compiler sozusagen diese wundervolle Datei, nämlich stdio.h mitlinked oder auch mitassembliert erstmal und dann mitlinked und, ähm, dann können wir hier Printf aufrufen. Wenn diese Funktion nicht gefunden wird, dann gibt es halt einfach mal einen Fehler. So, okay. Next up ist hier das Lea Q wieder mal und wir schreiben mal wieder was in Prozent RDI rein, nämlich LC1 verschoben um den Instruction Pointer. Also, beziehungsweise andersrum, der Instruction Pointer verschoben um LC1. Also der Instruction Pointer, naja, immer noch derselbe. Und dann verschieben wir das Ganze nach LC1 und laden das sozusagen aus dem Speicher. Ähm, und dann haben wir hier and by und das wird wieder mal in RDI reingeschrieben. Das stecken wir auch noch mit in PLT rein. Das ist quasi jetzt Puts, das wir hier aufrufen. Und, ähm, ja, wenn ich euch mal ganz kurz nochmal das hier zeigen darf. Wir haben hier ein Printf Message. Das ist dieses Hello World hier gewesen, wobei wir es verändert haben zu Hello World 2. Das ist das obere Ding hier gewesen. Da haben wir den Call Printf und dann haben wir hier unten Call Puts at PLT. Also auch was, was in unserem Procedure Linkage Table nachher eingebunden wird. Das liegt daran, dass Printf hier schon auf ist und danach ist es einfacher, das quasi aufzurufen. Das heißt, wir benutzen Puts statt Printf selbst. Weil wir das einfach nur sozusagen dazu stecken, weil die, ähm, der Output schon für uns geöffnet wurde sozusagen. Okay. Und dann sagen wir hier, wir move mal wieder 0 in ERX rein. Wir poppen den Base Pointer, also BP, steht für Base Pointer, ähm, von unserem Stack runter. Und dann verschieben wir mal wieder den CFA, ähm, in ein anderes, äh, an eine andere Stelle. Und wir returnen. Das heißt, wir sagen, wir sind fertig mit Main und wir sind quasi hier durch und sagen dann hier noch, okay, die Procedure ist jetzt auch zu Ende. Wobei ihr seht, dieses CFI Endproc, das ist tatsächlich jetzt aufgerufen worden, nachdem unser eigentliches Return Statement aufgerufen wurde. Warum würde man hier noch irgendwas reinschreiben? Naja, ganz einfach, weil das auch wieder zu Debug-Zwecken sozusagen ist, beziehungsweise zu Zwecken, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Wenn hier bei diesem Red, der, ähm, der Pointer nicht gefunden wird, von unserem, ähm, also der Frame Pointer wird nicht gefunden hier, dann kann dieses Shred hier nicht ausgeführt werden, dann wird es einfach ignoriert und dann gehen wir hier weiter zu CFI Endproc und das ist sozusagen da dazu, damit man solche Fehler, ähm, trotzdem noch überlebt sozusagen und nicht irgendwelche ganz komischen Dinge passieren. Äh, ihr wisst, C ist trotzdem keine so sichere Sprache. Man kann da immer noch ziemlich alles machen, aber Assembler ist halt noch ein bisschen schlimmer. Okay. Und ja, dieses LFE hier, ähm, das steht für Function End, das kennen wir ja, also Function Begin, Function End, Local Function Begin und Local Function End und, Entschuldigung, ähm, da haben wir dann im Endeffekt nur noch so kleine Informationen drin, wie eben, wie groß ist unser Programm, ähm, wir wollen vorne dran, dieses GCC Gnu 821, 2018 1127, wobei das nicht ganz hinhaut, ne, Leute. Ähm, also wir haben nicht den 27.11.2018, keine Sorge, aber das ist halt die Version von da. Ähm, wobei ich doch eigentlich erst gestern abgedatet habe. Naja, egal. Ähm, und hier haben wir, äh, dann eben auch noch ein kleines bisschen Zusatzinfo, die wir eigentlich auch nicht brauchen in dem Sinn. Das heißt, das eigentliche Programm, das beschränkt sich hier wirklich auf dieses Lesen, ähm, Moven von 0 in ERX, damit man weiß, was gemacht werden soll und dann eben hier Printf, aufrufen und hier dann noch was reinputten, dann wieder 0 in ERX reinstecken, weil ERX sozusagen die ganze Zeit irgendwie manipuliert wird, wenn wir irgendwas machen. Wir wollen da einfach immer konstant drin 0 haben und dann poppen wir den Base Pointer und das ist eigentlich auch schon unser ganzes Programm. Also das hier ist im Endeffekt der Code, den wir wirklich brauchen. Ihr seht, das ist relativ viel Overhead, um das Ganze, ähm, Compiler freundlich zu halten, um eben andere Sachen rein zu linken, das heißt eben sowas wie stdio.h, ähm, und eben auch die Möglichkeit, dass wir hier einen Debugger benutzen können. Das ist sozusagen das Aufwendigste an dem ganzen Code. Und ja, wenn ihr das Ganze lest, dann wisst ihr jetzt, worauf ihr achten müsst und was eigentlich die relevanten Dinge sind. Okay, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.